Hallo und herzlichst Willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorstellung in H0. Heute laden wir etwas auf, nämlich unsere schönen MAN-Holzkisten und die schauen wir uns gleich genauer an. Von der Firma Löwe haben wir diese zwei wunderschönen kleinen Holzkisten. Es sind, um genau zu sein, Übersee-Holzkisten mit den Maßen 2 x 35 mm. Wir haben hier wirklich ein sehr schönes Holzlasercut-Modell, was auf beiden Längsseiten den Aufdruck der Firma MAN hat, sowie das Firmenlogo. Wir haben auch seitlich jeweils hier unten 3400 kg Made in Germany stehen. Und hier oben drauf ist nochmal auf beiden Kisten einmal der Aufdruck und zwar Via Harwich to Liverpool Lime Street. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es mir merken kann. Ja, und von unten haben wir dann, ich drehe sie mal so hin, haben wir wirklich sehr schön angeklebte Holzlatten, die sozusagen das Fundament für die Holzkiste ist. Und die Holzkisten kann man wirklich überall verwenden, entweder als Ladegut auf dem Güterwagen oder man stellt sie in irgendeine Szenerie auf der Modelleisenbahn. Sie sind wirklich sehr schön. Sie sind relativ leicht, das heißt, man kann sie auch wirklich gut stapeln, wenn man da zum Beispiel, ich sage jetzt mal, im Containerhafen irgendwas darstellen will. Also diese Container hier, diese Übersee-Kisten sind wirklich sehr hübsch. Haben könnt ihr sie natürlich relativ einfach. Einfach die Artikelnummer 2200 auf unserer Homepage eingeben, euch sie in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Das war es auch schon, ein kurzes Video heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Solltet ihr Fragen zu diesen oder anderen Produkten haben, könnt ihr gerne uns eine E-Mail schreiben oder Fragen zu diesem Produkt natürlich gerne auch hier in die Kommentare schreiben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war es auch schon.